Yo Leute was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch einen richtig cool neuen On Top of Museum Glitch zeigen. Ich weiß den habe ich ja schon hochgeladen, aber jetzt geht er ein bisschen anders und man muss wirklich 2-3 Sachen beachten wo man machen muss. Wenn ihr den alten Glitch noch nicht kennt wie man da hochkommt, verlinke ich euch ihn unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Was ihr machen müsst ist, euer Kumpel und ihr müsst 60 Schuss da drauf gehen, dass ihr nach oben fliegt. Wenn ihr jetzt wieder runter kommt, müsst ihr schauen wo das Museum ist und dann müsst ihr so rüberspringen, dass ihr auf dieses kleine Dach vom Museum fliegt. Das ist nicht allzu schwer, ich habe das gleich beim ersten Mal geschafft und wie ihr seht kann man jetzt auf diesem Museum oben sein. Und ja, man hat Gott, man hat alles, man kann wirklich auf jeden Platz da gehen wo es gibt. Man kann Out of Map gehen, man kann rüber zum Theater gehen, man kann alles machen. Natürlich spawnen zwischendurch auch Zombies da rum, aber das spielt ja keine Rolle, weil die können eh nichts machen und ja. Was ihr jetzt noch alles machen könnt ist ins Museum reinspringen. Das habe ich ja schon mal gezeigt, wie man da reinkommt. Aber auf diese Art geht es wirklich viel besser und es ist auch richtig cool, wenn man von oben runter schaut und man kann wirklich auf jede Station da unten springen. Ob es auf dem Perk Automaten ist oder auf die Spitzhacke, da wo man die Spitzhacke kaufen kann. Man kann wirklich an jede Location gehen. Und ja Leute, das war es mit dem Glitch. Wir kommen jetzt noch zu diesem Video, was es auch noch dazu gegeben hat beim neuen Update. Es wurden keine einzigen Glitches gepatcht. Das ist sicher mal gut für euch oder ja, für euch auch wieder nicht. Es gibt ja Leute, die haten das die ganze Zeit. Und es gibt noch einen neuen Modus, der heisst Attack of the Undead. Hört sich an wie ein Text von Tupac oder so. Aber ist es ja nicht. Und ja Leute, was das genau ist, ist, es ist infiziert. Also auf Deutsch heisst es infiziert. Und das gab es ja bei Black Ops 3 schon und MB3 gab es es auch schon. Ich und Kumpel von mir haben bei MB3 so toll gesucht. Wir haben wirklich nur infiziert gespielt und das war auch richtig krass. Und wenn man das ein bisschen im Griff hat, holt man sich da jede Runde einen Nuke. Aber so wie ich gesehen habe im Gameplay da, gibt es ja Vorräte, die runterfliegen. Und in diesen Vorräten gibt es auch Nukes. Aber nicht nur Nukes, da gibt es auch Flammenwerfer und weitere Sachen noch drin. Und am besten erzähle ich nicht zu viel. Am besten startet ihr selber ein Spiel und schaut, was es alles neu gibt. Ich habe euch nur dazu ein bisschen geholfen, was alles neu ist. Und ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Ein Abo würde mich freuen und man hört sich im neuen Video wieder. Bye bye. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 When we drink, we do it right With them girls, we do it right They be screaming Uh-oh, uh-oh You know that bitch, he got that greener Uh-oh, uh-oh No money ever come between us No, no, no When we drink, we do it right With them girls, we do it right They be screaming Uh-oh I'm officially the one that got them women fiending I keep my city leaning on me, ain't no intervening Cause now I switch or more Lately I've been getting bored Quicker when my people stayin' lit Like the Olympic torch Sprint, well you squintin', tryna figure how I run it Until the kid is swimmin' in his chips like it was DuckTale Flicks in my phone lookin' like a Pono thumbnail Bet him and they send him hopin' that I know, I know I know that you like it like that I wait as I don't check the name on the tag White fox fur on my jacket Excuse me, that's a thousand